ja leute ihr seht schon um im header wir machen heute hauptale 2021 auf das war ja dieses set dass ich viel um teferi drehte und kurz nach diesem lockdown und zweiter kam und also nach dem ersten lockdown und ja ganz ganz strange zeit und deswegen ist das für mich auch ein bisschen strange ist jetzt aufzumachen vor allem nachdem ich da jetzt auch ein halbes jahr lang nichts mitgemacht habe oder ein bisschen mehr sogar dürfte ein bisschen mehr sogar sein nacko ich weiß es aber nicht wie lange das jetzt aber gucken wir uns mal an ich weiß es hier auf jeden fall ein paar richtig richtig coole hits drin sind und ich darf noch gern welche hätte und er zog mir gerade wieder tierisch auf den sack geht ja wir haben hauptsache 2021 das ding ist mittlerweile so standard geworden hier haben wir einen würfel mit m21 drauf ein grüner okay dann haben wir unsere unsere rare radar herz von kelt drei 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 solange es euer zug ist hat radar herz von kelt erstschlag du kannst sie zu beginn des du kannst du zu jedem zeitpunkt die oberste karte deines decks anschauen und du kannst länder karten oben von deinem deck spielen und für sechs mana kriegt die plus x plus x weil x gleich der anzahl an länder ist sehr sehr cooles teil sehr sehr cooles teil dann haben wir einen beginner guide das leben und die zeit von terefi tfiri 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 er wurde aus der tuolaischen community aus der akademie ausgeschlossen und 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 sehr sehr cool auch von der story relevanz dann haben wir hier einmal kostenlos spielbar draft geschisse magic arena code und dann gucken wir uns mal den fünf booster an ich habe meinen droh nicht ausgemacht vom handy ich hoffe mal das wird jetzt nicht so viel geschrieben so in dieser pre-release pack sind fünf booster mal gucken ob wir alle planes bekommen bekommen haben nee garok fehlt und dieser dieser weiße dieser bohlin typi da die wählen wie immer beim pre-release kit ich achte weniger auf die camps ich gehe direkt zu den an camps und die rares und also ich sehe sowas schlacke werden oh return to nature ja unser erster an kam eliminieren sehr sehr geil für den schwarzen farbloses spontan sauber zerstörende kreatur da planeswalker mana kosten drei oder weniger als das ding raus kam mit oku und random six und so weiter das war richtig gehypt schiffswrack sucherin fünf mana drei drei mit bravour also pros glaube ich auf englisch und immer wenn sie ins spiel kommt kann man spontan sauber extra aus dem fit und sogar hat nehmen das ist nicht schlecht basris solidarität basri hätte ich gerne zwei mana hexerei lege auf jede kreatur die du kontrollierst eine plus 1 science mark absoluter wahnsinn tatsächlich und auch diese diese ganze wüsten amokette style den haben sie hier richtig gut gemacht im vergleich zu amonkott selber und wir haben baren tolarischer erzmagier 3022 das bild kommt mir ultra bekannt vor 3022 wenn er ins spielfeld kommt bringe eine kreatur oder einen planeswalker auf die hand des besitzers zurück das ist schon mal nicht schlecht zumindest endsegment falls im zug eine bleibende karte auf die hand zurückgebracht wurde ziehe eine karte ich habe ein deck gehabt wo man den hätte spielen können ja und oh mein gott was zur helle oh wow das ist eine mythic oder ja diskonuität für drei blaue drei farbloses langs euer zug ist könnt ihr für drei mana für vier mana weniger wirken beendet den zug wow voll alter voll mit weg habe ich daraus noch nie gezogen noch nie aber gehen wir weiter ich bin super hype abbrechen ja abbrechen kennt man abbrechen durchbrechen irgendwie nicht so gut dann haben wir regen der offenbarung für vier mana spontan sauber zieht drei karten und wirft eine karte ab gehärtete veteranen zwei mana 1 2 für ein weißes tab man legt eine plus 1 bis 1 marke auf eine kreatur die mindestens schon eine plus 1 bis 1 marke hat für sechs mana tappen legt man nur eine plus 1 bis 1 marke drauf richtig coole karte also mit dem basri mit dem mit dem marken das richtig nice vulkanischer geysir zwei rote und x fügt einem zielig schaden zu und das war ja ernst dass das sein diskonuität drei blaue drei farblose man kann den zug wenden kostet weniger wenn es der eigene zug ist ich habe keine ahnung ob die karte es wert ist aber ich habe sie jetzt zweimal gezogen ok und zwei nötiges in einem premiums kit das ist schon sick das ist schon du siehst aus das ist jawohl dich kenne ich aber schon travernen hassadeurin zwei mana 2 2 tappen drei leben bezahlen die münze werfen wenn man den münzwurf gewinnt erhält man sechs leben das mit dem münzen werfen ist echt seltsam pilzige wiedergeburt dreimal spontan sauber man bringt eine bleibende karte zum frieden auf die hand zurück falls in dem zug eine kreatur gestorben ist lege zwei grüne sap pro länger ins spiel hexenkessel ein schwarzes artefakt zwei mana tappen opfernde kreaturen hält den lebenspunkt und zieht eine karte und wir haben echt eine menge blau also wir könnten aktuell pur blau mit den dingen schon spielen verfolgter wahl 7 mana 8 8 wenn ihr ins spielfeld kommt erzeugt jeder gegner einen roten piraten kreaturen spielstein mit dieser kreatur kann nicht angreifen oder blocken und kreaturen die du kontrollierst greifen die im zug an falls möglich zaubersprüche die deine gegner kontrollieren und die ideen als ziel haben kosten dreimal mehr strange 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 soll das mobi dick sein oder was der weiße wahl der weiße wahl so opt ist mittlerweile auch so oft in den anderen opt kurz red oh hier ist die erste tolarianischer kraken 6 mana 4 6 immer wenn du eine karte ziehst kann man 1 mana bezahlen wenn man das tut kann man eine kreatur tappen oder enttappen heiligtum des stillen nichts 1 mana legendärer verzauberung schreien für 6 mana tappe eine kreatur der wahl diese fähigkeit kostet beim aus ah ok kostet 1 mana weniger für jeden schreien luft straßen scharfschutz ein 1 mana 1 2 reichweite und fügt einer fliegende kreatur einen schaden zu für 3 mann und abgott der zähigkeit du siehst komisch aus 3 mana artefakt wenn es ins spiel kommt schicke alle kreaturen manne kosten 3 oder weniger aus dem friedhof ins exil bis der spiel verlässt für 2 mana tappen bis zum ende des zuges kannst du karten von dem der zähigkeit ins exil geschickt wurde spielen und ihr manne kosten bezahlen kannst du von den karten eine kreatur und karte ah jetzt habe ich es verstanden ok das ist eine coole karte gerade bestimmt für was er haben eine scheinbild 4 mana 2 2 wenn es ins spielverkommt durch super und sekten am standard land bringt es gedappt ins spiel wenn das stirbt zieht man eine karte was ist nicht euer ernst ich mein euer scheiß ernst wow er haben eine scheinbild zu einer der ikonischen komana karten die früher jeder commander spieler gespielt hat ich glaube mittlerweile spielt die so gut wie keiner mehr aber früher hat die jeder gespielt ich weiß gar nicht ob die noch was wert ist aber das war für mich einfach cool und ich mag das artwork jo goblins zauber bestrafer höllendrachen bestrafer für 7 mana 6 6 liegend für ein rotes mana kriegt er plus 1 bis 0 blutschlemmer 6 mana 5 5 als zuhöriger kosten opfert man eine kreatur fliegend trampelschaden wenn er ins spiel kommt opfert jeder gegner eine kreatur das ist nicht bad das ist echt nicht bad avios charme ich wollte grad scharfmeister sagen ob es ein charmeister ist ja ein vogelkrieger 5 mana 4 3 fliegend immer mehr ins spielfeld kommt kriegt man für jede fliegende kreatur 2 lehnsputte gab es zu dieser zeit nicht auch ein blau-weißes flieger standard tag ich meine uh sekunde hier radar nur für was ist hier los ich hab was wenn ich jetzt gleich noch ein erhabendes scheinbild hier drin ziehe ohne voll dann krieg ich was was ist mit dem sumpf passiert warum gibt es denn hier wenn die ich weiß es nicht mehr ich werde es auch bis dahin vergessen wenn das video gekommen ist also jetzt in zwei wochen ähm schreibt mir mal bitte in die kommentare wo dieser sumpf her ist und was ich okay ähm ja gucken wir uns nochmal weiter äh booster an und ja was will ich denn hier machen aufprüfen torfrituale prompte antwort wir haben noch ein heiligtum heiligtum der steinernen zähne für zwei meiner verzauberungen legendäre verzauberung schreien zu beginn der hauptphase verliert jeder geht neiges leben man kriegt neiges leben wo alle x gleich die anzahl der schreien ist die ist gut was rünnfliegelpferd drei mana zwei eins fliegend und nicht fliegende kreaturen kosten ein mana weniger was das war mal ne rare das doch jetzt keine ankamen wow das ist sad das war ne gute karte hier hab ich mit dem text gespielt blätterdachschleicher vier mana vier zwei muss geblockt werden falls möglich und immer wenn er stirbt erhält man für jede kreatur die in diesem zukunftschrauben ist nach dem lebenspunkt okay folgendes kobra du siehst heiß aus drei mana eins vier devtouch immer wenn eine kreatur mit devtouch du konntest angreift man verliert ja jeden lebenspunkt du kriegst den lebenspunkt gab es damals viel mit devtouch ich hab jetzt bisher noch nicht ich hab noch nicht drauf geachtet immer wenn eine kreatur mit devtouch ein planeswalker schadet so ich zerstöre den plane wow zerstöre den planeswalker das krass das krass das krass und wir haben noch so ein was was garuchs bluthorn in foil ohne was ist das denn für eine textbox ähm ja wenn ihr wisst was es mit diesen karten auf sich hat sind das irgendwie special edition ich hab's vergessen gab's hier diese promoartworks so expedition style wie ähm ähm äh in jetzt welches set kam davor ikoria zum beispiel dieses comic war das ist das 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 hier das sieht super strange aus ich hab's vergessen ähm ja ihr könnt mir das ja mal beschreiben ich hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin auf lexet ciao ciao 5 5 6 6 5 6 6 1 9 9 10 9 10 11